Mit einer unterhaltsamen Mischung punktete am Sonnabend das 25. Festival mit Musik, Show, Tanz und Spaß in den europäischen Frühling. Zu diesem hatte das Drum Corps Blue Lions Rastede eingeladen. Rund 1000 Zuschauer sahen das Programm, das am Nachmittag und auch noch einmal am Abend in der Mehrzweckhalle an der Feldbreite in Rastede gezeigt wurde. Viel Applaus gab es für die einzelnen Darbietungen. Untertitelung des ZDF, 2020